Hallo meine Freunde und somit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Hellblade. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben ja hier diese komischen Steine aktiviert, sag ich mal. Und wir benötigen ein Schwert, das zumindest blau leuchtet. Davon ist zum Beispiel das nächste. Jetzt werden wir wahrscheinlich einen neuen Lebensabschnitt von Senua angucken. Beziehungsweise spielen. Mal gucken, was es jetzt sein wird. Fokussieren! So, schau rein. Kennen wir doch schon, oder nicht? Der zweite Sohn von Odin. Er war wunderschön, gut und wunderschön. Er war ein fünster Fünster. Er sprach fairer Worte. Er gab fairer Juden. Licht schonf von ihm. Nur gute Dinge wurden von ihm gesagt. Aber er war der erste von den Gästen, um zu sterben. Was ist hier los? Hallo? Noah? Hallo? Na endlich! Ich hab gedacht, das Spiel ist schon stehen geblieben, Alter. Okay, da sind wir. Ich hab jetzt grad extra nochmal Start gedrückt. Ich dachte echt, das Spiel ist abgestürzt oder sonst irgendwas. Also das war auf jeden Fall ein Bug, würde ich sagen. Ei, 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 ei. So, wo befinden wir uns jetzt eigentlich? Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Abschnitt ist aus ihrer Vergangenheit. Aber wir schmeißen erstmal die Brücke hier um. Dieses Gesicht! Ist das eine Maske? Was sieht es wohl? Ja, machen wir. Ja. Und jetzt? Ja, etwas heller und hübscher. Ähm, aber dennoch. Ach, guck mal. Das hat einen Grund, warum wir jetzt hier sind. Die Brücke ist nicht kaputt. Okay, da ist die Brücke repariert. So wie die beiden das gerade gesagt haben. Ähm, guck mal, hier können wir was angucken. Hier redet jemand wieder mit uns. So, und? Ja. Okay. Hm, nee. Komm, rät schneller. Wir wollen die Tür öffnen. Ja, Sickness, bla 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 bla. Los, komm. So, ich... Ja, komm, das reicht mir. Wir müssen, glaube ich, eh ein Symbol finden. Jupp. Habe ich verstanden. So, wo kann ich das Symbol finden? Okay, da ist nichts. Ich glaube, die Tür... Nee, können wir auch nicht. Ähm, jetzt muss ich, glaube ich, durch die andere Maske blicken. Beziehungsweise, ich muss erst mal die Brücke runterschmeißen. Und dann geht's weiter. Jo, sieht richtig aus. So, ich schmeiße runter. Und danach müssen wir wieder in die zerstörte Welt. Das heißt... Die Tore werden wahrscheinlich offen sein. Denn wenn die Brücke schon zerstört wurde... Keine Ahnung, wodurch. Durch irgendeinen Krieg oder so. Dann wird meine Tür auf jeden Fall da oben offen sein. Ja, sag ich doch. Zack, da sind wir wieder. Na, verdammt, die andere Maske ist wieder da. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir durch so eine Maske blicken. Geh durch die Tür. Es ist gefährlich. Ja. Ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Doch. Es ist sich auch. Nein. Die nächste Maske. So, mal gucken. Da kann ich jetzt bestimmt weiter. Ah, sag ich doch. Das Tor ist zu. Krieg ich auch somit nicht auf, denn die Kette ist davor. Ja. Okay. Okay, ja. In the Dark World. Ja, ja. Oh, da haben wir das nächste. Oh, nein, 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 nein. Noch nicht. Okay. Okay. Darkness and Light. Okay. Narrow divide in lines of our own making. Dillion taught her to see further. To peek through the cracks and see the world of color stretching away from the gloom. Tauben ist sich. Und Seno explored new paths into the unknown. Okay, sie ist fertig. Das heißt, jetzt kann er reden. Ich hab ein paar Stück vergessen. Und so. And amuse themselves by throwing spears and stones at Baldr. Striking her with sword and axe. But he comes to no harm. Whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman. And asks Baldr's mother. Check this out. Ja, Mann. Ist das simpel. Ähm, okay. Ja, ja, ich weiß, ich kann ihn nicht hoch. Ist okay. Habe ich gerade selbst bemerkt. Aber dennoch gehe ich jetzt hier durch, blicke durch diese Maske hier, werde wieder zurück in das Tor öffnen und dann geht's weiter. Okay, passt. Wir gehen erstmal weiter. Oh, hoffentlich können wir gleich wieder fighten, Leute. So. Wir haben's. Das Tor geht auf. Ich bin mal gespannt. Das Tor, das ich geöffnet hatte, ob das dennoch offen ist. Oh, wo sind wir denn jetzt? Also ja, zwar drin, aber wie sieht das denn hier aus? Was ist... Alter, was ist denn hier passiert? Äh, wie kommen wir da hoch? Ganz simpel. Und zwar damit, mit dem Schimmerding hier. Guck, pass auf. Ja, komm mal. Und zack. Easy. Easy life. Ähm, guck mal, hier haben wir das nächste wieder. Okay, Loki wieder. Ja, wir gehen erstmal nach oben. Kannst ruhig weiterreden. Ich hör dir zu. Halbwegs. Zumindest. Oh, da ist... Äh, ihr, ähm, Husband. Hm. Warte mal, da hoch muss ich bestimmen, nicht, oder? Hier sind sie auch verbrennt. Alter, wir müssen noch... Drei. Ist okay, ich hab ja nicht mehr zu tun, weißt du? Oh, jetzt redet die nächste... Okay, das... Das werden wir gleich ansprechen. Dillion. Zuerst müssen wir hier durch. So, guck mal, da haben wir das erste. Ist doch ganz, ganz simpel. Also, ich blick da nur einmal kurz hin und schon gefunden. So, das M bekommt wir. Was haben wir da? Ein S und ein M. Ja, das werde ich oben wenden. Das wird definitiv oben sein. So. Können wir da durch? Okay, bisher sind hier keine fliegenden Symbole. Das heißt, das Symbol wird auch erstmal nicht hier sein. Wir müssen erstmal weiter. Alter. Jo, das ist eine sehr, sehr lange Pause. Drücke. Ähm, kommen wir hier durch? Zehn Uhr. Was? Wer? Mein Gott. Ich hab das nächste Symbol gefunden. Doch, ich muss von der anderen Seite ran. So, hier haben wir auch eins. Das heißt, unten müssen wir das Ding noch... Ja, ja, erzähl, weiter. Da muss sie nicht durch. Ach, scheiße. Komm, geht nicht. Wie komm ich denn da jetzt rüber? Hä? Wenn Baldurs wife sees his body carried on to the ship, her heart burst with grief. She dies. She's put next to her husband. The pyre is lit. Sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. Ja, wer würde das denn schon machen? Also, von hier aus kann ich nicht ran. Ne, das ist das Problem. Und ich muss zur anderen Seite. Das heißt... Dementsprechend muss ich, glaube ich, nochmal durch die Maske blicken. Wir werden aber... War das schon die andere? Boah, muss ich doch noch tiefer? Wo war denn das jetzt nochmal? Oh, ich wollte gerade sagen, Alter, wer snifft da gerade neben mir? Ähm. Okay, der Symbol ist nach oben irgendwie gekommen. Keine Ahnung, warum. Ah, nee, hier. Okay, wir haben ja die Welt gewechselt. Hella. Okay, wir müssen jetzt erstmal hier rum. Sind sie? Das fragt Helen. Wir werden sehen, ob er wirklich verletzt wird. Ah. Easy. Also, das ist doch gerade ein bisschen easy gemacht. Komm, jetzt blicke ich hier durch. Kann somit, ähm, rüber. Oh, jetzt fängt er... Jetzt redet er nicht mehr. Und alles weinte. Menschen, Tiere, Erde, Stein, Bäume, Metall. Alles außer einer Riesen... Äh, Riesen in der... Einer Höhle. Aha. Ähm. Wie kriegt denn das da runter? Ähm. Nee, irgendwas... Irgendwas passt hier nicht. Das... Das gefällt mir noch nicht. Hm. Guck mal, da ist das Tor offen. Ich muss nochmal rüber. Ich muss nochmal rüber und dann haben wir es geschafft, auf jeden Fall. So, und da ich ja beide Tore geöffnet habe. Passt das, ja? Ah. Zack. Wieder das nächste gewonnen. Danke. Danke, Geliebter. Von 10 Uhr. Ja, 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 ich weiß. Alter. Die machen mich verrückt. Wer? Auslachen? Nee. Mich doch nicht. So, schmeiß das Ding runter. Den können wir... Den haben wir ja sogar alle drei zusammen. Ja, 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 nice. Ähm. Achso, warte, wir müssen ja hier lang. Wir müssen ja das Symbol angucken. Dann können wir runter. Und die Tür öffnen. Und dann sind wir weiter. Und dann wird gekämpft. Okay, ich gehe mal sehr stark davon aus. Nein, es ist nicht pointless. Guck mal, hier können wir mal wieder das nächste Symbol angucken. Oh. Ja, das ist krank, ja. Jedes Mal, wenn er das Gift auf Lokis Antlitz tropft, windet er sich vor Schmerz. Die Nordmänner sagen, dass so Erdbeben geschehen. Oh. Kann gut möglich sein, wenn er die Kraft hatte. Eine Erinnerung daran, dass selbst die Götter den Tod akzeptieren müssen. Und somit auch wir. Jetzt muss ich das vorlesen, weil ich in einer anderen Welt war. Achso, ich muss ja ran. Ich muss ja öffnen. Da war ja was. Dann los, komm. Da ist er. Kommt jetzt diese komische Puppe wieder? Alter, da oben geht es zwischen und rund. Ja, ich komme schon. Oh, balancieren. Jetzt geht's los. Dillian! Okay, er zeigt, wir sollen rüber. Eieiei, na super. Ja, wir schaffen das. Oh, 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 oh. Eieieiei. Nein, 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 wir lassen ihn nicht herkommen. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ah. Senua. Ganz ruhig. Einfach nur ganz ruhig bleiben, ja? Geh zu ihm schneller. Oh ja, wir sind schon dabei. Hey, mein Gott. Ja, quicker, machen wir das schon. So, geschafft. Oh. Ist aber kein schönes Bild, glaube ich. Oh. Oh, ich wollte gerade sagen, was passiert denn jetzt? Ähm, ja. Warum hat er denn jetzt das gemacht? Oh, da ist er. Ihr Vater kann not understand your darkness. Er kann not see through your eyes. No one can. Du bist da. Und mein Vater ist von blind. Er hat nicht die Zahnsteh-deeah-deeah-deeah-deeah-deeah-deeah-deeah-deeah-deeah-deeah-deeah-deeah-deeah-deeah-deeah-deeah-deeah-deeah. Es ist nur für deine Geheimdienste. Oder ist das der Preis, die du für den Geschenk hast? Das Geschenk, der dich so speziell in meinem Geheimdienste. Nur eine andere Teil der Person, oder nicht? Na los, komm, steh auf. Es war nicht deine Schuld, Senua. Wann verstehst du das endlich? Wäre zu einfach. Sie stehlen deine Erinnerungen. Oh, okay. Also, wir müssen jetzt, glaube ich, nur noch einen finden. Und dann haben wir es geschafft, Leute. Oh, da hinten ist der Letzte. Nice. So, dann haben wir es geschafft, Leute. Na, hier möchte mich keiner töten. Los, komm. Schau es dir an, Senua. Und ich hoffe, es packt euch wieder rum. Gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well. The well of wisdom. In blindness, there can be wisdom. Only by giving, can you receive and return. For this reason, I give my life. And pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Danke. Was ist denn jetzt los? Oh, scheiße. Nicht gut. Fuck, wer ist da? Kannst du mich hören? Ja. Hoffentlich. Oh, das ist nicht gut. Ich glaube, das ist nicht gut. Hilfe. Hilfe. Warte lang. Bleib still. Ja, das sagst du so leicht. Ruhig atmen. Ei, 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 ei. Sag mir, was du fühlst. Ja. Warte. Gut. Dann gibt es einen Weg raus. Ich kann nicht wissen, was von dir kommt. Ja, du kannst. Da hinten. Da kommt ein Luftzug her. Also denke ich mal, sie war hier richtig. Ei, ei, ei. Ei. Sei doch froh. Und dunkel. Ja, ja. Oh Gott. Naja, komm, da kommt doch irgendwas. Du, ich erkenne den Ausgang auch schon so, du musst mir nicht helfen. Das passt schon. Ah, da ist eine Tür. Oh, Julian. Find einen Weg. Ich lasse dich nicht hier. Jupp, wir gehen sogar richtig. Okay, da vorne ist... Feuer. Also hier hinten ist irgendein Glockenspiel. Über mir zumindest. Alter. Mann, bist du blind oder warum... Gucken wir jetzt so komisch. Ei, ist das fies. Was ist hier? Ich denke, ich bin jetzt irgendwo anders. Der Wind ist weg. Use all of your senses. Lass die Welt zu dir sprechen. Ich kann das nicht fühlen. Ich höre Wasser. Ja. Also rein. Oder was? Benutze deine Sinne, ey. Leichter gesagt, als getan, Alter. Ich hab nur einen Controller in der Hand hier. Ja. So, das sieht ja schon mal gut aus. Ich glaub... Wir sind richtig. Ja, das... Ach so, okay. Ach, Strom aufwärts. Ach so. So, wir müssen da hoch, Leute. Ei, 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 ei. Können nicht mal wieder Feinde kommen oder so? Ich bin so sorry. Ich dachte, ich habe das alles hinterlassen. Sei nicht so sorry. Es ist nicht deine Schuld. Er war richtig. Es ist in mir drin. Es wird mir nicht verlassen. Senua. Mein Vater. Er hat mir die schwersten kämpfers, die ich in meiner Sicht habe. Nicht die Sorte. Ich bin kein Coward. Ich habe das für euch in den Warrior-Trials. Das ist nur noch eine Battle. Du kannst ihn verletzen. Das ist nicht so besser. Du musst mir nicht helfen. Ich will auch. Oh. 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 Ich brauche Menschen wie dich. Okay. Okay. Ich werde das machen. Er war auf jeden Fall sehr, sehr gut zu ihr. Das auf jeden Fall. Sch. Sch. Ich weiß, was du denkst. Er ist nicht wirklich hier. Jetzt sind die wieder da. Oh. Oh. Sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus, Leute. Wir haben es geschafft, Leute. Gleich sind wir raus. Gleich können wir endlich wieder was erkennen. Ja, komm. Einfach, einfach geradeaus. Ich denke mal, das ist... Keine Ahnung, was das sein soll. Äh, wir können, glaube ich, links und rechts lang. Wir gehen jetzt einfach mal links. Ein Haus? Bin ich hier richtig? Dillian. Ach, Dillian. Jetzt sag mir nicht, du bist weg. Ah, super. Okay. Ja, dann geh einfach runter. Ich werde dir Angst haben. Okay, er sagt, keine Angst haben. Okay. Oh. Es hat aber auch böse ausgehen können, ne? Nein. Oh. Was ist hier unten? Ich werde es sehen. Oh, da. Okay. Eieiei. Okay. Ich möchte aber gerne wissen... What the fuck? Was ist das? Oh. Ich werde es sehen. Alter, Leute, seht ihr das? Was? Das Ding sieht ja nice aus, oder? Oh. Das sind zwei verwachsene Menschen, die sich andauernd aufblasen und keine Ahnung was. Und ich stehe schon echt nah dran. Aber die sehen mich nicht. So, wir gehen weiter. Alter, sah das nice aus. Aber es wird mich sicherlich gleich verfolgen. Davon gehe ich aus. Es kann mich zwar jetzt noch nicht sehen, aber gleich. So, wo... Wo muss ich denn lang? Hallo? Okay, direkt an dieser komischen Person vorbei. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Eieiei, nicht durch die Ketten. Könnte laut sein. So, hier haben wir doch was. Ah, okay, nur Zaun. Da haben wir nichts. Hier haben wir einen Ausgang. Okay. Machen wir. Eieiei, ja, tut mir leid. Tut mir leid, Senua. Das... Oh, da ist schon wieder was. Oh, okay. Okay, mehrere von den Dingern. Ähm... Kann ich jetzt hier ruhig im Licht bleiben, oder sehen die mich dann? Alter, scheiße. Okay, pscht. Nein, brauchst du nicht. Ich bin bei dir. In und aus. Richtig. Du schaffst das. Wir schaffen das. Komm. Wir haben's gleich geschafft. Guck, wir müssen doch eh nur stumpf geradeaus laufen. Die kriegen uns so oder so nicht. Okay, vielleicht die hier. Eieiei. Das heißt, ich darf rein theoretisch nur nicht gegenlaufen, denn haben... haben die mich. Aber bisher würde ich sagen, haben wir's ja locker geschafft. Ne? Sehr schön. Warte geht's. Alter, wann nimmt das hier ein Ende? Ich schlaf gleich ein. Klar sind die Monster jetzt, ähm, extrem, extrem nice gewesen. Aber dann noch bewegen wir uns zu langsam. Und das macht mich echt schläfrig. So, haben wir's ja... Ja, guck mal, er speichert. Es stinkt. Nach Tod. Es stinkt. Boah. Dann wollen wir hier mal schnell wieder raus. Die Schmerzen ist Destiny. Du bist in Kontrolle. Also, das sieht mir eigentlich nicht danach aus, dass ich hier die Kontrolle hab, denn... erstmal kann ich nichts sehen. Danke. Und... ich muss balancieren. Und... unter mir sind irgendwelche komischen Kreaturen. Mai wieder. Ja. Aber dennoch schaffen wir das. Alter hört auf zu quatschen. Ich muss hier grad rüber gehen. Ihn lenkt mich ab. Alter, komm, haben wir gleich geschafft. Haben wir gleich geschafft. Ein Brunnen. Da ist ein Brunnen. Können wir da rein? Oh, oh. Na super. Ich denke mal, jetzt bist du wach. So. Oh, oh, oh. Fuck. 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 Okay. Alter, hier sind viele. Help me. Den kann ich jetzt nicht haben. So, Leute. Ich würde sagen, bevor wir hier weitergehen... Ja, ja. Ich bin gleich da. Bevor es hier weitergeht, würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Ich hoffe euch... Äh, ich hoffe euch hat diese Folge gefallen. Ähm... Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ich euch gefalle, dann lasst bitte ein Abo da. Lasst ein Like da. Schreibt was in den Kommentaren. Wir sind schon nah dran. Am Ende, denke ich mal. Mal gucken. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mit Senua und Dejen. Bye, bye, Leute. Macht's gut. ...